ja leute was geht es geht weiter hier mit let's play thumbrider 1 und ich will das mal probieren jetzt ne also an der karte das ist echt nicht warum nein das ist echt so dumm dass sie das so nahe aneinander gemacht haben ich trau weil jetzt genau millimeter zu wenig ich werde Ja, sie baut zu lange. Ja, es will schon gehen, aber es ist halt so dermaßen status teils. Das dauert zu lange. Warte mal. Ja, er wird lang gedrückt. Jetzt muss ich das. Ah, ey, das ist dieses... ...müsste ich mich hier noch dran legen. Warte mal. Ja, warte mal. Was soll ich jetzt da sein, wenn ich hoch bin? Aber wir, wir sind hier. Der Fall. Ja, ja. War eine super Idee. Ah, ich glaube, wir können mal das Schroffende probieren. Müssen wir das Schroffende erst mal. Können wir mal das Schroffende erst mal. Können wir das jetzt mal machen und so mal... Ich werde es zu lassen, zu selten. Nein. Nö. Hier geht's. Alles klar. Ja. Ja. Jetzt kannst du... Das ist so beschissen, diese Szene, Alter. Da want... Aber nein, ich muss ja gegen die Kämpfe... Jetzt kommt sie nicht weiter. Ja, falsch, welcher fühlt sich denn? Ich bin tot. Ä-kir-nicht-tot. Oh. Weiß mich nicht. Jedes Rainer Hochlever. Ja. wenn du einfach ran springen würde es für alles gut ne kurz hopps ran gut ist nein das ist so dumm alter ohne wird das ist immer so blöde wenn es echt ein nicht gerade gut geeignetes ballerspiel jedes mal neu unterstehen muss hallo halte ich doch fest jetzt hier sehr dank ja ich erwischte was für euch mit ihren jetzt und da wir schon wieder sagen und im jahr ist es von hier ein bisschen ja ja aber die gegner er ist so schön die mehr vergeben wir haben nicht wir verarschen haben wir in der Nähe eines von den Viechern der Weg ich hab da muni liegen lassen ich glaube ich kotze ab mehr oder gewählte und nicht für die nie nie in der damaligen ich könnte so kratzen ich lasse nun nein bist du bescheuert jetzt stelle ich doch nicht immer dermaßen geschissen an dann müssen ja noch mehr Puma raus kommt bitte es ist ja nicht so dass das spieler vom stahl von profitiert gerne rumballern zu dürfen die bühne natürlich hauen die ab oder war jetzt macht Dornen um in diese beschissenen Mieter aber auf der Nähe am Morgen Oehl wie es ist es die ist zu blöd da es überlosen m mit dem den Tod m m m sie halten die noch aus, hallo. Oh, Leute. Aber ein Werk. Und der 2 liegt auch. Ach, ah, sehr gut. Ja, sei meine Manni. Jetzt bin ich viel zufrieden. Lauflehrer, Lauflehrer. Was macht sie denn? Blöde Stück Scheiße, was machst denn du? Einfach. Genau. Warte mal. Dann brauchen wir eine Ehrenrunde, hier. Dann bringen wir eine Ehrenrunde. Dann bin ich getroffen. Bin ich denn ernst? Ja, sie kommt nicht hoch genug. Natürlich nicht. Weil sie ein dummes Stück Scheiße ist. War ja klar. Ey, nein. Sie muss davor stehen, damit du... Warum kannst du dich da nicht kurz festhalten? Das ist doch nicht dein Ernst. Es kann doch nicht dir ein beschissen Ernst sein. Nein, sie kann sich da nicht nicht festhalten. Ey, nur... Ich will die nie, aber... Hör doch mal auf, wie die ganze Zeit... Diese beschissenen Puma, die machen einen fertig. Hier war der Zaun. Ja. Ich hab's... Das war sogar besser als letztes Mal. Deutlich besser. Okay. Übernommen. Nein! Bist du bescheuert? Ach komm, schon, weil ich ein Schreinen mache. Einen Schritt gemacht. Und die meint, oh, 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 oh. Wobei, ich kenn's hier irgendwo lang. Oh, dieses Bisch. Hör, schieß mal mit beiden Knarren, liebe Lara. Mit beiden. Genau, Lara. Mit beiden. Wie? Die beiden. Ich weiß, wie es wahnsinnig ist, die Arme. Oh, es ist hier eine Folge, die... Oh, ich... Du tost, Fisch, Alter. Du tost, Fisch, Alter. Stürf, du Mist, Katze. Oh. Oh. Schatz, tot. Oh. Ja, tot. Scheiß, Fisch. So. Okay. Wir sind jetzt viel, viel besser. Oh, ne, 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 um, danke. Mit, äh, viel, weiß. Entschuldigung, es macht einen nur dermaßen Kerre. Ah, gut, dann ist das andere jetzt egal. Wir sind da rum, wie es ganz passiert, ob er sich immer alles auf dem Graf verspeichert. Na, hier ist jetzt der Biss, das gehe ich an der Tür auf, ne? Aber, aber nur noch zwei Puma. Dann weiß ich auch, ne. Danke, Leraf. Ich mach einen Schritt und die wieder runterspringen. Ach, wie kann man eigentlich... Wodest du so dumm geboren? Ey, ne, sorry, ey, das ist... Du, 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 das macht ein Irre. Oh, Leera, Kroft, alter Schwede, lauft doch nicht immer runter. Ey, ey, es gibt so Folgen, ne? Geanspannt. Ey, das wechselt wirklich von Folge zu Folge wie entspannt und nur oder schrittlich unentspannt. Ja, wie ich hier spiele, ne? Ist hier eigentlich drauf... Nix? Warte mal, geht das? Ja, Leraf, sehr gut, hast du sehr gut gemacht. Leraf, was speichern, Leraf? Ja, was speichern, Leraf, mal speichern. Leraf, schieb doch mit beiden Schlagen, was wär das? Warte mal, was fliegt jetzt nicht? Entschuldigung, Leraf. Sehr gut. Wir haben alle Pumas gekillt. Was ist hier denn noch? Oh, okay, das war sogar wirklich wichtig. Geil. Noch mehr, du Scheiß. Noch mehr Stuff. Oh, dafür hab ich jetzt 13 Minuten gebraucht. Jetzt, Lera, nimm's doch! Nimm's! Stinke! Oh, diese Alte. Ey. Wirklich. Oh. Wir würden schon Level, äh, Level... ...10, ne? 11. 10. Oh, Alter, wir werden Level 10 und die macht mich wahnsinnig, die Alte. Die 15 gibt es. Oh. Ah, ich hätte auch irgendwie das Gefühl, ich hab heute noch nicht genug rumgeballert. Wirklich. Also dachte ich mir auch so, als ich das Spiel gestartet hab, oder... ...ne, ne, gestartet. Aber jetzt war das Spiel, da hab ich nicht mehr so ein Mensch. Also eigentlich der Ball-A-Part. Da war die ganze Zeit, fand ich auch zu wenig. Also, wenn ich das... ...ja, das ist so, dass... ... wenn ich ein Fat-Person-Schüler spielen will, weiß ich, das spiel ich nicht hier so vor, ... spiel ich nicht und schadet, nein, ich schmiede mal an. Der Fat-Person-Schüler. Yeah, Model. Mach ich das, ach so. Ah, so geht das, okay. Ah, so geht das, okay. Model-Besuch, ne. Da ist die Serie. Na, er kann sich ja bitte machen. Ja, äh, ne. Du warst schon zuhause, oder? Ich seh nicht, Mann, was! Uhhh. 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 Hey, dieses Spiel bitte, ladde. Uhhh. 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 Wie ist Spiel! Uhhh. Das ist so geil. Uhhh. Das Spiel kann man so gut verprolöpsieren, ey. Uhhh. Fack. Oder bin ich. Uhhh. Uhhh... Uhhh. da das geht ich hoffe es Ja, dann hat der ge- war was? Oh, warte mal, ich versuch mal, ich muss doch, ich lag da, ich lag bei dem Fibor echt in der Schufhunde. Ich bin seit morgen und ich fertig. Ich geh ja jetzt rein. Hey, was ist denn hier überhaupt? Ah ja, mach mal, mach jetzt mal hier weiter. Aber ich will, ich will nochmal probieren. Warte, aber ich habe es ja gespeichert. Auf jeden Fall hat er eine Schufhunde. Da waren nur zwei Kugeln. Das ist doch nicht dein Ernst, Junge, das ist ja... Ich hab's doch vergessen. Okay, aber dann muss man das vorher mal... Ey, dann bitte, ernsthaft, weil das kann man... Das kann man doch vergessen. Hat der hier mit den Magnums? Ist das wahrscheinlich einer? Das ist ja ein bisschen schneller, so knabber. Hat die aber auch immer bekommen, aber... Ja, ja. Ne, ganz ehrlich, komm, lass das gut sein. Ist okay. Passt schon selber noch Energie. Es passt, ist mir egal. Passt schon. Da geht es. Ich habe doch keinen... Aber wenn du jetzt aufgesammelt hab, ja, ne? Ja. Wenn wir hier nochmal nachgucken. Ja. Äh, ne, egal. Ich habe noch eben noch Energie, aber noch ein Mädels. Passt schon, wenn ich da mal einspare. Ich bin einfach... Bin ich. Bin ich. Ja. Dieses Spiel, als ich geschafft, ey. Oh, jetzt auch Monster, ne? Ey, das wird doch so hart lustig. Nimm es auf, Lara. Danke, Lara. Och. Ey, willst du für einen Keks haben, wenn du es aufhebst? Ja, ja, Lara, bitte. Mach einen Köpfer. Ja. Also, ja, Lara, bitte. Das ist... Ist wichtig. Finde ich gut. Müssen wir ja mit Stil machen, ne? Ist ja richtig. Genau, dann... Ja, mach... Mache jetzt mal mit, ähm... Genau, dann machen wir den Speicher wieder mal komplett. Dann ist der fertig. Für den Moment. Dann... Wieso haben wir den eigentlich ja nie benutzt? Machen wir das doch mal. Ich weiß auch nicht, warum ich den nie benutzt habe, weil ich dann zwei übersprachen habe. Ähm, ich meine, hier ergibt es Sinn, ich habe das extra gemacht. Hier, aber dass ich da... Das ist wirklich... Wenn die Aufnahme durch ist, äh, den überspeichere. Und damit ich sie nicht aus Versehen überspeichere. Aber gut. Bei den anderen mal ergibt es tatsächlich keinen Sinn. Aber gut. Gut. Warte kurz. Was habe ich jetzt hier noch? Ah, okay. Okay, da haben wir jetzt 7x8, oder? Genau. Wenn ich jetzt angerechnet habe, ich habe keine Ahnung, was habe ich jetzt gemacht. Das hat es bewirkt. Ich weiß es nicht. Ja, leider. Mach jetzt einmal mal knappe Versprünge. Hm, das ist okay. Na, leider. Na gut, warte mal. Na. Würde ich dann gerne nochmal wiederholen, aber jetzt sind die Zwerbe, ne? Hat sich das jetzt wieder verändert? Ja, warte, das ist doch gegen. Genau. hau hat sie ihre köpfe sprünge deswegen merke er könnte machen und hat noch ein bekam er hat sich gerne zu kommen schön sehr schön es erwähnt ihr kein die Medizin da war ein Jahr Lerner Lerner alle weil sie mit dem Gebet über keine Schöner Knarren die muss gespart werden aber er wird mir das Gefühl aber ich habe auch das Gefühl ist wirklich da gut dabei dabei ja auch mit den gegner wird sagen damit sehr lange aufgespart sie wirklich gespart haben also auf der ps1 hat das ja nicht das auto selten sohne hinter vierte und jetzt ich muss sagen dass es schon von den Geekern auch noch härter wird, ne, die hat auch nicht mit gerechnet mit solchen Monstern, die hat nicht gerechnet aber ich kann mit allen ja auch zurecht, ne, mit dem Gino mit ja, das kann man ja schon sagen, kann man ja mal mit allem ja 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 ja, 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 wir tun ja jetzt soll ähm bin ich jetzt hier fertig, oder wie? ja, wir haben einen Schüssel ja 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 ... ... ... ... Oh Gott. Oh Aber er kommt nicht raus Nein, der hat nur was Wunder Das ist ein Wasser oder Wasser? Das war's für heute. da ist irgendwas warte mal da ist noch was okay das wird ja auch mal entspannen tisch naja den vier schlüsseln haben wir immer ein da kommt er jetzt macht doch der muss doch irgendwo rein ja da waren wir doch schon drin da meine ich es hier Naja, sieht da auch so komisch runter. Nee, nehme ich nicht. Ah ja. Geh jetzt hier rein? Okay. Easy, die Stadt Kamun ist geschafft. Speichern. Ja, wie sie sich nicht speichern. Die Stadt Kamun. Fangen wir hier von oben an. Wie heißt das? Wie heißt das? Der Obelisk von Kamun. Okay Leute. Dann würde ich sagen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, wenn ihr dabei seid. Ich hoffe euch hat es heute wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo, Like oder Kommentar lassen. Würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Und wir haben sogar, wir haben sogar, guck mal, wir haben sogar dies selbst nicht heute geschafft. Kann man richtig stolz auf uns sein. So. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Ich danke. Haut rein. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.